das hier ich hoffe ich weiß wie das geht was ist das denn überhaupt was die ente es ist eigentlich ja schon eine hilfe weil ich denke die wollen das auch genauso machen wie es gibt ja hier diesen rezept mode den werde ich vielleicht auch vielleicht ich werde gucken wenn nicht wir haben ja das hier aber muss ich erst mal mit zurecht kommen geht das dann fehlt da glaube ich unten drunter die drei stück könnte ich sie jetzt kraft wenn wir so ein arm aus den bauen nein wie geht denn der habe ich jetzt schon gesehen wird man man hat richter ja ich versuche den einfach jetzt mal zu bauen nein das war nicht ich könnte schwören dass sie so ging ach moment voll falsch so glaube jetzt kriegen wir es auch hin nein warum nicht ich bin das mal ein rüstungsständer ist schwer wenn man die rezepte nicht im kopf hat die haben sich bestimmt jetzt auch gehen oh ist nacht ich schaue mal ganz kurz alles klar ich weiß jetzt wie ich wollte schon sagen wo ist die schlange das ist aber eine spinne äh so 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 ach guck mal dann könnten wir uns jetzt noch theoretisch noch eine rüstung bauen das machen wir auch für den ersatz einfach nur dann wächst ein baum im hintergrund so zack so das hätten wir einfach nur dass wir ersatz haben kommen wir zum glück zu schräg stellen kann man auch trau nein man kann nicht draufklicken okay so zack kopf für meine noch mal neu ach okay ja ich werde ein paar mods noch hinzufügen aber nicht so viele das jetzt das ganze spiel voll gemoddet ist mit irgendwelchen sachen den machen wir mal eben weg so wo ist die spinne da ist die spinne spinne hey spiderman komm mal her ihr habt gesehen ich habe die geschlagen so da hinten hoppelt ein Hase das sind doch das sind wer ist der Hase ist voll cool ne oder äh hallo ich glaube die tun nichts solange man denen nichts tut hallo kann man die tame nein ich denke wohl eher nicht warum wachsen da so komische bäume ich muss die mal mehr auseinander machen egal das ist dieser eine da war nichts so ich glaube ich bin mal kurz ein bisschen ich glaube unter unserem Haus ich mache das mal ein bisschen größer hier dann können wir auch äh 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 sagen nicht mehr hier sondern woanders ist habe ich die tür jetzt mit danke tür ähm unser wieder normaler erdblock hin so können wir wie ging das nochmal so oder ging das so so ging das wenn ich kleine platte wollte musste ich das so so ja zack so holz mit moment wieder wechsel kommt das so so dann lassen wir hier die wand so machen hier extra noch eine tür rein holen noch eine tür aus unserer truhe so oder beide gleich äh das ist eben so ein Baum dann haben wir hier so einen kleinen Vorraum das ist ja groß genau ich mache dir nochmal ein größer so jetzt fehlt holz und ich hätte gerne auch noch äh Glas hier deswegen habe ich das so gebaut äh das kommt auch da ich glaube es fehlen noch zwei Stücke oder ja dann müssen wir kurz weg gehen und Sand holen ah da vorne guck mal passt doch alles mal kurz die Musik noch kurz ein bisschen lauter nein da wollen wir nichts raushören sonst bekomme ich ein Copyright Claim und würde auch nicht zum Minecraft passen so wir brauchen vier Stück das passt ich sag dazu jetzt mal nichts so nehmen wir sechs Stück mit brennen lasst dann und dann beeilen wir uns kurz gucken ja was oh Gott ich hab ich hab Angst vor der Datei die ist nicht zwei die ist nicht 30 GB groß nein oh Gott so noch zwei Glas und dann machen wir das eben ein holen die Drohe rein die drei Öfen ich weiß nicht ob die da reinpassen ja ich weiß dass es ein neues Rezept verfügt war so dann bauen wir das hier mal ab wie sie auch das auch so 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 haben wir hier einen kleinen Vorraum äh die Öfe kann man ja hier aufstellen so es fehlt ein vierter aber egal crafting table würde ich dann hier und die Truhe daneben oder äh 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 oder ich lasse da hin haha äh äh haben wir hier die Truhe neuer nein 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 kann jetzt kurz dauern ähm die Truhe da sind es ne so 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 boah wie viel Müll ich habe so aber ist ja sowieso alles jetzt gesichert hier so aber ist ja sowieso alles jetzt gesichert hier so aber hier fehlt auch Licht so so ja mit der Fackel in die Hand schlafen das geht auf jeden Fall Sollte man aber nicht. Weiß nicht, wie ging das denn nun mal? Ach so. Nein. Ach stimmt. Kohle muss ja wieder in die Öfe rein. Ähm, Hälfte, Hälfte. Ach, so Hälfte. Dann brauchen wir eben noch einen. Einen Öfen. So, dann haben wir auf jeden Fall vier Öfen. Oh nein. Die Kartoffeln aufgegessen. Aha, wir brauchen noch einmal. Ja, toll. Sogar zwei Stück. Und das habe ich ihn jetzt da gemacht. Nehmen wir mal eben Wasser. Ich glaube, da ist ein Kaninchen gerade verreckt. Ich bin mir aber unsicher. Schau in dein Rezept. Boah, was fahr ich denn da einmal reinschauen? Boah, das geht mir langsam auf den Geist. Ähm, wir müssen dann ganz kurz... Überlänge. Ganz kurz Überlänge machen. Oh Gott. Das ist doof Dwarf. Das ist da hier ganz weit hinten. Da müssen die Kartoffeln nehmen. Zumindest zwei Stück. Das war klar, dass ich das nicht schaffe. Hallo Schafe. Oh Gott. Das mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Ah, wir müssen jetzt rückbrudern. Egal. Das tut mir leid für die Überlänge. Das ist aber nicht viel. So. Schnell zurück. Ach ja. Müssen wir halt nächste Folge mit dem Boot reisen. Das heißt, wir machen das so. Nein, nicht so. So. Nehmen das Boot. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich nächste Folge... mit dem Boot fahren muss. Ah, hier. Das können wir ja essen. Das ist ja egal. Dann weiß ich, dass ich nächste Folge mit dem Boot fahren muss. Und dann sage ich, haut da rein. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Monstana. Tschüss. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Ich bin der Wind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020